In den Frankfurter Stadtteilen Braunheim und Heddernheim befand sich vor über 1700 Jahren das römische Nieder, Verwaltungszentrum der Civitas Taunensium. Eine mittelgroße Stadt, die vom 1. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus existierte, so die Meinung der Historiker bis jetzt. Erste archäologische Funde wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts freigelegt und bis heute werden immer wieder neue Entdeckungen gemacht. So wurde Nieder als deutsches Pompeji-Welt bekannt. Wichtige Funde befinden sich heute in Museen in London oder Berlin. Kein Wunder, dass jeder Eingriff in den Boden archäologische Untersuchungen notwendig macht. Auch 2017 beim Bau eines Mehrfamilienhauses werden Grabungen nötig, an die sich die Leiterin des Denkmalamtes der Stadt Frankfurt bis heute erinnert. Das ist hier ein Friedhof der Römerzeit, gehört zur Stadt Nieder. Und hier sind Körperbestattungen. Und die sind alle ganz toll ausgestattet. Mit jeder Menge Fundstücke, die wir bisher in Frankfurt überhaupt nicht haben. Aber ein ganz besonderes Fundstück trug ein Mann um den Hals, der hier in der Zeit zwischen 240 und 260 beerdigt wurde. Das Grab des rund 45 Jahre alten Mannes ist eines von 127 Gräbern, von denen die große Mehrheit Körpergräber sind. Für diese frühe Zeit sehr ungewöhnlich, ist auch ein Silberamulett, von dem noch die Rede sein wird. Alle Funde werden vom Denkmalamt der Stadt Frankfurt geborgen und an das Archäologische Museum zur weiteren Bearbeitung übergeben. Dort entdecken die Mitarbeiter, welche Besonderheiten diese frühen Körpergräber bergen. Die letzten Gräber gehören in eine Zeit, in der nach unserer bisherigen Forschungsmeinung eigentlich der Limes längst geräumt ist, die Grenze rechts des Rheins aufgegeben. Aber hier haben wir noch Bestattungen aus der Zeit nach 260 bis vielleicht 270, 75 oder 80. Also die dürften eigentlich gar nicht mehr da sein. Und man sieht auch, dass die Beigabensitte sich nochmal gewandelt hat. Die Leute werden beigesetzt jetzt mit sehr individuellen Beigaben, was vorher nicht üblich war, mit sehr reichen Beigaben, was uns auch nochmal zeigt, dass die Menschen, die dort gelebt haben in dieser Zeit tatsächlich wohlhabend waren, dass die gute Handelsbeziehungen noch hatten zum Rheinland. Und das macht das Ganze neben dem einen besonderen Grab jetzt so ungewöhnlich für uns. Und noch etwas ist auffällig. Im Grab des Mannes finden sich Reste aus Metall. Dutzende Nägel, so als wäre der Mann in einem Sarg in die Erde gekommen. Bisher kannte man aus dieser Zeit kaum Bestattungen mit dem noch unverbrannten Körper, da der Übergang von der Brand zur Körperbestattung auch mit einem Wechsel der Glaubensvorstellungen verbunden ist. Das Erstaunlichste aber ist eine Kapsel, die der Mann direkt am Hals getragen hat. In der Restaurierungswerkstatt des Archäologischen Museums Frankfurt wurde der Fund präpariert. Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass in der Kapsel eine Inschriftenrolle steckt. Mit äußerster Vorsicht werden Kapsel und Amulett getrennt. Sowohl Kapsel als auch Schriftrolle bestehen aus Silber. Die Schriftrolle besteht nur aus einer sehr, sehr dünnen Silberfolie mit nur 63 Mikrometer Stärke. Und sie ist sehr spröde, sehr brüchig und insgesamt in einem äußerst instabilen und fragilen Zustand, was ein weiteres Aufrollen unmöglich machte. Im Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz wird seit über 170 Jahren geforscht. Markus Scholz, Spezialist für lateinische Epigrafik von der Goethe-Universität Frankfurt, erhofft sich, die Inschrift entziffern zu können. Denn hier in Mainz sind zerstörungsfreie Untersuchungen möglich. Wir konnten die Silberrolle direkt in seiner Packung scannen mit unserem Computertomograph. Das Gute daran natürlich ist, dass wir das Objekt gar nicht berühren mussten. Was wichtig war, ist, dass wir ein 3D-Modell aus dem Objekt erstellen konnten, ohne das Objekt zu berühren und das Objekt zu beschädigen. Die Leistung war allerdings eher mit der Prozessierung der Daten, weil dann mit der Aufnahme hat man gesehen, die Rolle ist nicht einfach schön gerollt wie in einer Spirale. Es ist wirklich an einigen Stellen zerdrückt, gefaltend, also sehr komplex. Und das war eben die Herausforderung, die wir geschafft haben, um den Text lesen zu können. Und hier, also da sind die Querschnitte durch das Objekt und man sieht sehr schön, dass es eben nicht sauber gerollt ist. Auf Anhieb kann man mehrere Buchstaben schon erkennen und lesen. Das ist ein E, Doppel-R, R, R, Terre, Voluntati. Dati von Voluntas. Aber ich sehe bisher nur lateinische Buchstaben, bis auf das hier. XP haben wir nicht. Das ist Grieche, Chiro. Das ist die Abkürzung für Christus, Christos. Es ist ja ein rein christlicher Text. Das ist beim Stand der Dinge heute das älteste authentische Zeugnis für Christentum nördlich der Alpen und im heutigen Deutschland. Und da war klar, also da braucht man theologische Unterstützung. Das eine war der Professor Wolfram Kinzig an der Universität Bonn. Er ist Kirchenhistoriker für alte Kirchengeschichte und Professor Harald Buchinger von der Universität Regensburg. Beide haben sich entsprechend dazu geäußert, dahingehend, dass das wirklich etwas Neues ist, weil es bestimmte Dinge in dieser frühen Zeit so noch nicht gibt oder man sie bisher so nicht kannte. Zum Beispiel das Trisagion, das Heilig, 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 ist sonst erst in einem Gebetskontext, im liturgischen Kontext, erst aus dem 5. Jahrhundert nach Christus bekannt. Also 200 Jahre später als dieser Text. Und jetzt haben wir hier einen Pfund, der in die Mitte des 3. Jahrhunderts gehört. Und wir sind ja hier nicht in einer römischen Metropole, sondern, wenn Sie so wollen, in einem römischen Mittelzentrum, das durchaus bestimmte Bedeutung gehabt hat, und jetzt taucht so ein Pfund auf. Das eine ist ja der früheste christliche Text nördlich der Alpen, original, nicht abgeschrieben, sondern eine Primärquelle in einem Kontext. Es ist sicher datierbar, archäologisch datierbar. Das ist eigentlich sensationell. Dieser Aspekt, den diese christliche Inschrift ja fast 100 Jahre vor Konstantin in einem Gebiet, was zur Zeit von Konstantin dann gar nicht mehr römisch war, dort der älteste Beleg ist direkt im Liebeshinterland, an der Nordgrenze des römischen Reiches. Die Frankfurter Silberinschrift wird mit Sicherheit für Diskussionen sorgen. Sie ist noch lange nicht zu Ende erforscht. Wir müssen da viel genauer noch hinschauen, aber ab sofort hat Frankfurt damit einen Platz in der christlichen Geschichte für immer. Die Frankfurter Silberinschrift wird mit Sicherheit geholfen, in der Nordgrenze des römischen Reiches.